ich lerne deutsch. Nummer 32 Ich bin Kellner in einer Hotelbar. Der Elefant taucht seinen Rüssel ins Wasser. Die Straße führt am Meer vorbei. Links und rechts der Straße stehen Bäume. Ich fahre die Allee hinunter. Links und rechts der Straße stehen Bäume. Ich fahre die Allee hinunter. Links und rechts der Straße stehen Bäume. Ich fahre die Allee hinunter. Hier muss man immer mit Schafen auf der Straße rechnen. Hier muss man immer mit Schafen auf der Straße rechnen. Hier muss man immer mit Schafen auf der Straße rechnen. Hier muss man immer mit Schafen auf der Straße rechnen. Mutter und Tochter haben Kränze in ihren Haaren. Mutter und Tochter haben Kränze in ihren Haaren. Ein Löwenzahn verwandelt sich in eine Pusteblume. Ein Löwenzahn verwandelt sich in eine Pusteblume. Ein Löwenzahn verwandelt sich in eine Pusteblume. Hier kaufe ich farbiges Papier. Ich lege es in meinen Korb. Hier kaufe ich farbiges Papier. Ich lege es in meinen Korb. Ich habe zum Geburtstag drei neue Holzhäuser bekommen. Ich habe zum Geburtstag drei neue Holzhäuser bekommen. Ich habe zum Geburtstag drei neue Holzhäuser bekommen. Meine Hüte hängen alle an der Wand. Meine Hüte hängen alle an der Wand. Meine Hüte hängen alle an der Wand. Ich notiere die Bestellung des Kunden. Ich notiere die Bestellung des Kunden. Ich notiere die Bestellung des Kunden. Bettina befestigt ihr Hörgerät an ihrem Ohr. Bettina befestigt ihr Hörgerät an ihrem Ohr. Bettina befestigt ihr Hörgerät an ihrem Ohr. Elke sitzt im Rollstuhl. 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 Elke ist in Ruhe. Saara wartet auf den Bus. Sie hat einen gelben Regenschirm. Sarah wartet auf den Bus. Sie hat einen gelben Regenschirm. Sarah checkt in den Autobus. Ich habe einen Kaffee mit meiner Kreditkarte. Ich bezahle meinen Kaffee mit meiner Kreditkarte. Wir starten zu einem Ausflug mit dem Segelboot. Wir starten zu einem Ausflug mit dem Segelboot. Auf diesem Shirt steht, Magie liegt in der Luft. Auf diesem Shirt steht, Magie liegt in der Luft. Auf diesem Shirt steht, Magie liegt in der Luft. Edwin hängt ein Vogelhäuschen an den Baum. Edwin hängt ein Vogelhäuschen an den Baum. Edwin wiesche je na der Evo hodivnicu dla Ptachy. Lukas schiebt den Stuhl über den Boden. 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 Olivia hat etwas zu viel getrunken. Olivia hat etwas zu viel getrunken. Olivia hat etwas zu viel getrunken. Emma balanciert auf einem Baumstamm. Emma balanciert auf einem Baumstamm. Der Hund hat eine Pfote im Napf und leckt sich die Nase. Sobaka maie odnu lapu w mysci i oblyzuje nis. Aurora spielt Flöte. Bisher kennt sie nur ein einziges Lied. Aurora spielt Flöte. Bisher kennt sie nur ein einziges Lied. Aurora spielt Flöte. Bisher kennt sie nur ein einziges Lied. Aurora graje na flejti. Pokiščo vona znaje liše odnu písnju. Leo fährt mit dem Laufrad. 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 Leo jezdite na balancernomo velosipedi. Jakob sitzt auf dem Stuhl und isst einen Apfel. Jakob sitzt auf dem Stuhl und isst einen Apfel. Jakob sitzt auf dem Stuhl und isst einen Apfel. Jakib si da je nastilet i jezd jabloko. Das Pferd grast auf der Wiese. 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 Malosik in Pasetze. Ich umarme mein Kaninchen. Ich umarme mein Kaninchen. Ich umarme mein Kaninchen. Ja pritiskajo do sebe izvoh okrolika. Moritz säubert den Balkon mit Besen und Kehrschaufel. Moritz säubert den Balkon mit Besen und Kehrschaufel. Ich bin verzweifelt. Ich verstehe diese Aufgabe nicht. Ich bin verzweifelt. Ich verstehe diese Aufgabe nicht. Ich bin verzweifelt. Ich verstehe diese Aufgabe nicht. Ja uvičeji. Ja ne rozumieju ci je je pravi. Der Hund blättert die Seite im Buch um. Der Hund blättert die Seite im Buch um. Der Hund blättert die Seite im Buch um. So baka pare horta je storin kuf knizi. Ich helfe dir, die Schlittschuhe zu binden. 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 Die Hunde warten darauf, dass die Familie nach Hause kommt. Sobake chekai, kolai rodina povernitze do domu. Mein Bär ist krank. Ich muss ihn untersuchen. Mein Bär ist krank. Ich muss ihn untersuchen. Mein Bär ist krank. Ich muss ihn untersuchen. Ich schaue von hinten durch den Bilderrahmen. Ich schaue von hinten durch den Bilderrahmen. Ich schaue von hinten durch den Bilderrahmen. Dieses Puzzle ist eine große Herausforderung. Mit Schubkarre und Eimer geht es in den Garten. Mit Schubkarre und Eimer geht es in den Garten. Ich überquere den Zebrastreifen. Ich überquere den Zebrastreifen. Ich bereite das Mittagessen zu. Ich bereite das Mittagessen zu. Es gibt Salat. Ich schenke drei Gläser Wein ein. Ich schenke drei Gläser Wein ein. Ich schenke drei Gläser Wein ein. Nalivau 3 kelihe Wina. Paul schneidet frisch gebackenen Apfelkuchen in Stücke. Jetzt kommen einige Wiederholungen aus den vorherigen Folgen. Der Igel sucht nach Futter. Der Igel sucht nach Futter. Der Igel sucht nach Futter. Jäzak schufe jäzü. Die Eule sieht mich entsetzt an. Die Eule sieht mich entsetzt an. So was Jachum bewitzen am Ende. Fotografierst du den Baum? Fotografierst du den Baum? Fotografierst du den Baum? Wir waren nachts in der Nähe des Kölner Domes. Wir waren nachts in der Nähe des Kölner Domes. Schaut mal, wie windig es hier ist. Schaut mal, wie windig es hier ist. Schaut mal, wie windig es hier ist. Jeden Monat wird ein weiteres Tattoo gemacht. Jeden Monat wird ein weiteres Tattoo gemacht. Felix hält einen Tennisschläger hinter seinem Kopf. Felix hält einen Tennisschläger hinter seinem Kopf. Felix hält einen Tennisschläger hinter seinem Kopf. Felix hat zum Geburtstag einen großen Teddybären bekommen. Jessica hat zum Geburtstag einen großen Teddybären bekommen. Jessica hat zum Geburtstag einen großen Teddybären bekommen. Ich spiele seit fünf Jahren tenniss. Ich spiele seit fünf Jahren tenniss. Ich trage meinen Hund. Ich trage meinen Hund. Ich trage meinen Hund. Janosho svoyu sobako Der Fleischwolf ist an der Tischkante befestigt. Der Fleischwolf ist an der Tischkante befestigt. Der Fleischwolf ist an der Tischkante befestigt. Ich trage meinen Hund. Ich trage meinen Hund. Ich trage meinen Hund. Ich trage meinen Hund. Zu Ostern gibt es zwei extra große Cupcakes. Zu Ostern gibt es zwei extra große Cupcakes. Zu Ostern gibt es zwei extra große Cupcakes. Na will ich denn je zwei osobläu will ich ich Kekse. Emma schüttet Katzenfutter in den Futternapf. Emma schüttet Katzenfutter in den Futternapf. Das Feuer brennt lichterloh. Das Feuer brennt lichterloh. Das Feuer brennt lichterloh. Ich trage meinen Hund. Isabella springt hoch. Isabella springt hoch. Isabella springt hoch. Ben filmt ein Konzert. Ben filmt ein Konzert. Ben zniemaje Konzert. Sarah vergnügt sich auf dem Spielplatz. 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 Zum Nachtisch gibt es Fruchtsalat. Zum Nachtisch gibt es Fruchtsalat. Na dessert fruktovay salat. Lina steht barfuß auf einem Nagelbrett. 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 Benjamin wirft mit Kissen. Benjamin wirft mit Kissen. Benjamin kedaje Poduschke. Lucia rührt den Kaffee um. Lucia rührt den Kaffee um. Lucia rührt den Kaffee um. Die Frauen schreiben etwas auf eine schwarze Wand. Die Frauen schreiben etwas auf eine schwarze Wand. Die Frauen schreiben etwas auf eine schwarze Wand. Ich habe zwei blaue Stühle. Ich habe zwei blaue Stühle. Ich habe zwei blaue Stühle. U mene je dwa synnych Stilcia. Mein Hund legt seine Pfoten auf meine Schultern. 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 Jonas macht eine Winterwanderung. 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 Ich esse gerne Fleisch. Ich esse gerne Fleisch. Mama ist meine persönliche Friseurin. Mama ist meine persönliche Friseurin. Mama mia, so bui este perucar. Der elektrische Trennschleifer hilft mir bei der Arbeit. Ich sitze im Schatten am Fuße des Baumes. 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 Der Wanderer durchquert den Bach. Der Wanderer durchquert den Bach. Der Wanderer durchquert den Bach. Tourist bei der Apotheke. Uwe spült die Teller. Uwe spült die Teller. Uwe spült die Teller. Uwe mye tarte. Wenn dir dieses Video gefällt, dann gib uns bitte ein Like. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann trägst du dazu bei, dass wir weitere Videos für dich veröffentlichen können. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann hilft, es heilt die göttliche Kraft! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.